Musik 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 Ich bin schließt, bin von nahe oben, FHB aus Südwürn, Kraft 1.000 kg, kommt unter 3.000 Euro bis zum Bau ist 2008. 2.000 Euro bis zum Bau ist 2008. Dieser Auto befindet sich hier im Kaufmann-Sektor, am ZOB, weniger Platz im Bordraum. Ich befinde mich jetzt hier im Büro-Tal und gleich gehen wir für den Leinmentor rüber in den Verkaufsraum. Minus 1, Bau ist 2008, von der Affari gebaut. Das ist ein Verkaufsraum, das ist ein Verkaufsraum. . Oh mein Gott, das ist der offizielle Eingang jetzt, das ist der Tiefmarsche. Was sieht man hier? Da hat man sich ruhig wieder hinzugehen, zum Grund und Neid. Oh Mann, wir sollen nach links rausgehen, nicht nach rechts. Egal, hat die Ausnahme übersehen. Drei Menschen befinden sich auch noch um weiterer Aufsicht. Und hier erstmal in den Kaufrums. Oh, hier gibt es noch eine Ladstattung für E-Autos. Perfekt, oder? Ja. So war ein Kona, ein Neidai-Kona. Steht eigentlich in der Ladestattung. Oh mein Gott. Oh, ich muss das Geräte machen. Oh nein, das ist ein sehr cooles. Wir werden auf den Muttern kassen. Wir fahren jetzt in den Verkauf. Im Verkauf gibt es auch noch einen FHW-Aufzug. Links erstes Obergeschoss. Und da ist der FHW-Aufzug nach oben. FHW-Aufzug drücken. Vielleicht nur bis zu den oberen Verkaufsraum. Aufzug ist da schon nicht ausreichend. Und die obere Etagentaste 1 wurde wohl erneuert. Eine Fahrzeug-Auflast-Taste. Weiter ist der neuen Aufzug Nr. P7. FHW-Aufzug wie E-Aufzugssystem. Aufzug auf dem Gebäude. Nein, im Büro-Teil bestimmt auch noch einen Aufzug. Aber so gehen wir jetzt nicht. Den wir heute nicht. Und hier gehen wir noch ein Verbreitungsgebäude. Und der Aufzug ist schon da. Wir fahren damit hin, wenn wir da unten. Und mit dem Kastei auf dem Ende ist hier nicht wahr. Wir gehen jetzt hin. Wir gehen diesem Moment. Bei mir geht es. Wнее. Wann geht's? Wann geht's? Wann geht's? Wann geht's? Wann geht's? Wann geht's? Ich habe mich noch auf die Kette mit ein bisschen der Tiefe aus. Und der Strasse neben mir. Das war der Unterricht, was. Das ist eigentlich. Warte, gucken auf, welcher jemand, der jetzt nicht versuchte mich. Warte, du bist schon da. In der Platz ist die Strasse neben mir. Da reicht mir irgendwie das Deep Garage. Die Deep Garage gehört zu den Koffern. Die Tasche kennen Sie mir. Ich habe noch nicht. So sieht die Autokabine hier aus. Eine moderne Edelstahlkabine. Hydrauliker von der FAB. Wie zum Beispiel. Die müssen wir gehen. Ich muss mich nicht mehr hinzuziehen. Ich muss die Bescheinigest werden.